Ich würde davon gerne eine paar Kartenzeichen machen. Hast du Lust, eine mitzumachen? Ich drücke als erstes ab. Hab ich. Geh weg, geh weg, geh weg. 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 Wie schaut ihr hier? Komm doch durch! Kannst du uns sagen, was wir hier machen können? Was kennst du hier? Das! Oh, das ist Arbeit! Das ist anstrengend! Soll ich meinen Namen schreiben? Ja. So schön! Das ist ein Haus! Hast du schon? Noch mal, da ist eine Kamera drin. Äh... Und das ist der Name der Drehung. Was hast du für eine Zeichnung gemacht? Ähm, ich habe in den Buschrösen ein paar Zeichnen. Wie ist sie nun? Mal, dass du kannst. Ich liebe nicht die Platz. Ich heiße Adam. Und der Spielplatz heißt Kinderspielplatz. Ich spiele gerne da. Ich schaukele gerne. Ich rutsche gerne. Und ja, mir gefällt alles. Ich heiße Gina und ich mag die Schule. Und ich liebe Deutsch machen, Mathe machen, Sport machen. Und ich mag alles in der Schule machen. Und was machst du nochmal? Spielen! 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 Vielen Dank.